Willkommen zurück. Wir sind gerade mitten im Kampf gegen Hölfe. Zwei sind verlegt und jetzt auch der dritte. Und ich weiß, ich vertrage hier eine Verbindung mit mir rum, aber ich hab's noch nicht geschafft, die zu heilen. Das ist natürlich eine gute Ausbeute, Wolfshell, Seen und Lederbänder. Und da ist gerade mein Wecker aufgegangen, aber das war ein Fehler da. Entschuldigung. Ich muss gerade mal meinen Wecker noch mal neu stellen. Okay. Weiter geht's. Wir suchen den weißen Wolf, die Alpha-Wölfin. Das klingt jetzt irgendwie gerade komisch, das Geheule. Aber ich war synchron geheult, wenn ich will. Okay, ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Wolf ausnehmen, nach Beute untersuchen. Mal weiter. Ah, eine Zwischensequenz. Die weiße Wolf. Oh. Oh. Zwei, drei. Ja, ich glaube mit drei können wir es noch aufnehmen. Könnte ich auch mal dieses Sanft ausprobieren. Da ist auch gleich die weiße Wölfin mit dabei. Auf die wende ich jetzt mal diesen Zauberstück. Sack. Fehlt gestanden. Schade. Oh. Oh. Okay, toll. Ich bin, äh, sterbend. Jetzt muss Rolana das alleine hinkriegen. Meine Rache. Die Wölfin ist ziemlich fies. Oder ich bin einfach so schlug. Weiß nicht. Okay, komm, du kriegst sie. Ich muss eventuell gleich mal Einbeeren futtern. Ja, das mache ich so. Die müssten mir doch eigentlich... Ach, nein. Ich kann jetzt nicht auf das... Ich habe ja ein geteiltes Inventar und ich kann jetzt nicht auf das Inventar von meinem Hauptcharakter zugreifen, wo die Einbeeren drin sind. Das heißt, ich muss so klarkommen. Oh, oh. Ich hätte vielleicht vorhin mal speichern sollen. Du hörst die Schwingen. Golgaris rauschen. Tja. Spiel laden. Leider habe ich beim... Seit dem vorletzten Video oder so nicht gespeichert. Ich muss gerade mal nach der Uhrzeit gucken. Was ist denn mein letzter Speicherstand? Eventuell werde ich das Video dann unterbrechen. Das, was ich jetzt schon mal gespielt habe, gerade aufholen, bis wir wieder zum Kampf mit der Wölfin kommen. Ich werde jetzt gerade schauen, welchen Spielstand mir das lädt. Aber ich denke, es ist ein ziemlich alter Spielstand. Okay, Memo an mich. Öfter speichern. Das war jetzt nicht so gut. Ja, das habe ich befürchtet. Also, mein letzter Spielstand ist, bevor wir in den Dunkelwald gegangen sind und bevor wir den Jäger getroffen haben. Das heißt, ich werde das Video jetzt unterbrechen. Kurz den, ohne es aufzuzeichnen, den Spielstand wieder einholen, bis wir zu der Weißen Wölfin kommen und ab da wieder aufzeichnen. Tut mir so leid. Ich werde mir Merken öfter speichern. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.